Wir haben eine Nachricht, die alle Herzen berühren wird. Stefan Leiner, unser geliebter 31-jähriger Verteidiger, ist nach erfolgreichem Kampf gegen Lymphdrüsenkrebs wieder im Training. Lassen Sie uns dieses inspirierende Kapitel in Leiners Reise genauer betrachten. Vorstellungskraft, Mut und Stärke, das sind die Worte, die das triumphale Comeback von Stefan Leiner auf die Trainingsplätze von Borussia definieren. Nach herausfordernden Monaten nahm der österreichische Verteidiger heute Morgen an der vollständigen Trainingseinheit teil, was einen bedeutsamen Moment in dieser Saison markierte. In einem exklusiven Gespräch mit der Deutschen Zeitung BILD teilte Leiner seine Gefühle über dieses außergewöhnliche Comeback mit, es ist sehr schön, zurück zu sein und normal zu leben. Es war keine leichte Zeit. Natürlich begannen wir, an allem zu zweifeln. Aber jetzt freue ich mich darauf, wieder zu spielen. Obwohl wir alle gerne sehen würden, dass Leiner im nächsten Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag um 14.30 Uhr in der 12. Runde der Bundesliga spielt, betont der Verteidiger, dass es ein schrittweiser Prozess ist. Er teilte mit, natürlich würde ich gerne auf das Feld nach Dortmund zurückkehren. Aber jetzt ist es Schritt für Schritt, wir werden sehen, wie mein Körper auf die Anstrengung reagiert. Stefan Leiner, ein Schlüsselspieler seit seiner Ankunft 2019 von RB Salzburg, hat bereits 125 Spiele im deutschen Trikot absolviert. Sein Vertrag mit Borussia Mönchengladbach läuft bis Juni 2024 und wir freuen uns auf weitere unglaubliche Momente zusammen. Dies ist eine Geschichte von Widerstandsfähigkeit, Entschlossenheit und Sieg und die Fans der Fohlen werden da sein, um jeden Schritt auf dem Weg von Stefan Leiner zu unterstützen. Bleiben Sie dran für weitere Updates zu seiner Rückkehr und den kommenden Kapiteln dieser aufregenden Saison. Gemeinsam sind wir stärker.